Hallo Leute, hier ist der Max und jetzt gibt es mal ein Video spontan aus aktuellem Anlass und es geht nicht um meine Jobsuche bzw. meinen neuen Job. Dazu wollte ich euch eigentlich erst nächste Woche was erzählen. Also, wenn ihr das mitbekommen wollt und jetzt gerade da seid, könnt ihr aber an der Stelle gerade mal auf den Abo-Button drücken, dann kriegt ihr das auch immer mit. Aber es geht darum, dass LastPass verkackt hat. Eventuell haben es einige nicht mitbekommen, weil es ist ja immerhin Weihnachten. Ich meine, heute ist der 24.12. Und ich glaube, LastPass selber ist auch ganz happy darüber, dass das jetzt gerade alles so rauskommt, weil die Leute eben mit Weihnachten was anderes zu tun haben, als sich um ihre Online-Sicherheit zu kümmern. Aber trotzdem, sie haben es verkackt und wer LastPass oder irgendeinen anderen Cloud-basierten Passwortmanager verwendet, der sollte sich jetzt wirklich mal Gedanken wieder machen, ob er das in Zukunft auch weiter tun will. Wer LastPass nicht kennt, das ist, wie ich eben gesagt habe, ein Cloud-basierter Passwortmanager. Zumindest mehr oder weniger, weil man kann das auch bis zu einem gewissen Grad offline verwenden und die Verschlüsselung, sagen sie zumindest, passiert wohl immer vor dem Upload, also vor der Datenübertragung. Das sagen sie zumindest. Und dass dort nicht alles so toll ist, wie es beworben wird auf der Webseite, hat man jetzt aber gesehen. Das heißt, wie man denen glauben will, steht eh schon mal auf einem ganz anderen Blatt. Es gibt Leute, die berichten zum Beispiel von gestohlenen Accounts, von Benutzerdaten, die sie in LastPass gespeichert haben. Und auch LastPass hat mittlerweile ein weiteres aktualisiertes Statement veröffentlicht, das gucken wir uns jetzt gleich an. Aber wer LastPass verwendet oder irgendeinen anderen Cloud-basierten Passwortmanager, sollte sich trotz Weihnachten jetzt mal die Zeit nehmen und sich mit der Situation vertraut machen und sich überlegen, will man das Ganze wirklich machen. Denn am Ende ist es halt wie bei allen Cloud-Anbietern. Es ist immer schwierig nachzuvollziehen, was genau passiert und was von dem, was der Anbieter sagt, denn wirklich stimmt. Das ist ähnlich wie bei VPN-Anbietern. Selbst wenn die Software Front- und Back-end, Client-Anwendungen, selbst wenn die alle Open-Source sind, garantiert immer noch keiner, dass es sich auch um die eingesetzten Anwendungen handelt. Also sprich, wer stellt sicher, dass der Quellcode, den man sich zum Beispiel auf GitHub angucken kann, denn auch wirklich der ist, der am Ende beim jeweiligen Anbieter benutzt wird. Also selbst das ist immer so eine Frage, vertraue ich der Sache. Und unterm Strich geht es halt immer um, vertraue ich dem Anbieter. Und ganz ehrlich, ich würde niemals einem Cloud-Anbieter meine Passwörter anvertrauen. Das nochmal jetzt vorweg. Es ist bequem, aber es ist eine wirklich dumme Idee. Es gab die letzten Jahre über so viele Leaks und Security-Probleme bei super sicheren Cloud-Services. Da reichen beide Hände und die Fußzählen nicht mehr, um das daran abzuzählen. Und umso mehr die Anbieter ein Geheimnis draus machen, was bei ihnen eigentlich genau läuft, beziehungsweise was sie eigentlich genau machen oder sich hinter so Begriffen verstecken wie Military-Crate-Security und sowas, wenn mit sowas um sich geworfen wird, dann sollte man besonders skeptisch sein. Bei derbei übrigens, ihr verwendet alle jeden Tag AES-Verschlüsselung und das ist auch Military-Crate-Security. So viel dazu. Und gerade Passwörter, und das muss ich jetzt hier nochmal, bevor wir uns das von LastPass genau angucken, nochmal unterstreichen. Gerade Passwörter sind das Wichtigste, was ihr online habt. Das sind quasi die Schlüssel zu eurem digitalen Leben, um es jetzt mal, ja klingt jetzt übertrieben, ist es aber nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, um es übertrieben zu sagen, ist nicht übertrieben gesagt. Es ist einfach genau das, was ich gesagt habe. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man die aus der Hand gibt. Gerade an jemand, wo man gar nicht genau weiß, an irgendwelche Cloud-Anbieter, wo man gar nicht genau weiß und nachvollziehen kann, was macht er eigentlich damit. Aber was geht denn bei LastPass jetzt ab? Im August gab es einen Security-Vorfall bei LastPass, einen Sicherheitsvorfall bei LastPass. Dort wurde Source-Code gestohlen von ihren Anwendungen und es wurden Informationen gestohlen aus der Entwicklungsumgebung von LastPass. Also wahrscheinlich dort, wo sie Sachen entwickeln, ausprobieren und verbessern und weiterentwickeln. Zumindest diese Informationen wurden wiederum dazu dann benutzt, weitere Mitarbeiter von LastPass gezielt anzugreifen und zu manipulieren, um Zugänge und Passwörter zu Cloud-Speicher zu erhalten, worauf LastPass dann am Ende User-Daten speichert. Darunter zum Beispiel Informationen wie eure Account-ID, Firmenname, Vor- und Nachname, Adresse, E-Mail, Telefon, die IP-Adresse, von denen die Nutzer zugreifen. Also ist schon ein bisschen was und das, obwohl sie zuvor explizit behauptet haben, es gab keinen Zugriff auf User-Daten. Das ist aber immer so ein Schema, was man bei solchen Security-Vorfällen gerne beobachtet. Die Anbieter geben eigentlich immer nur das zu, was sie eh zugeben müssen. Es wurden auch die ganzen Passwort-Datenbanken der User abgezogen, aber die Passwörter darin sind verschlüsselt, mit einem aus dem Master-Passwort abgeleiteten Schlüssel. Darin sind aber auch Informationen, die nicht verschlüsselt sind. Zum Beispiel zu welchen Webseiten und Accounts die Passwörter gehören. Also sprich, in so einer Passwort-Datenbank bei LastPass sind die verschlüsselten Passwörter plus auch unverschlüsselte Informationen. Und sobald ein Angreifer das ganze Lokal hat, kann er natürlich sich da komplett draufstürzen. Es ist ein Unterschied, ob die Passwörter irgendwo bei einem Cloud-Anbieter liegen und du da vielleicht 5 Passwörter in der Stunde ausprobieren kannst, bis du geblockt wirst, weil die vermuten, da probiert sich einer die ganze Zeit einzuloggen, es klappt nicht. Oder ob du die Lokal liegen hast, weil sobald ein Angreifer diese ganzen, zwar verschlüsselten Passwörter, Lokal bei sich liegen hat, kann er sich mit voller Grafikkarten und GPU-Power dransetzen, das Ganze zu knacken. Klar, wenn man jetzt ein halbwegs sicheres Master-Passwort hat, dann hält das Ganze erstmal stand. Aber wer einfache Passwörter hat, muss ja nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein. Gut, Leute, die 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort haben, die sind eh quasi gefickt. Anders kann man es nicht sagen. Aber auch Passwörter, die zu kurz sind, gerade Passwörter, die zu kurz sind, darauf wird man sich jetzt wahrscheinlich als Angreifer besonders konzentrieren und die hat man relativ schnell durchprobiert. Also ist so eine Sache, die Daten abgezogen, selbst wenn sie verschlüsselt sind, stellt ein ganz anderes Gefahrenpotenzial dar, als wenn sie bei einem Cloud-Anbieter liegen, obwohl sie verschlüsselt sind. Aber man sollte das nicht unterschätzen, denn die Passwörter sind jetzt im Umlauf. Zwar verschlüsselt, aber wer weiß, wie sich die Technik entwickelt. Eventuell kann man in 10 Jahren diese ganzen Datenbanken easy entschlüsseln. Vielleicht wurden ja Lücken in AES gefunden, ich werde es ja nicht hoffen, da hätten wir andere Probleme. Aber vielleicht sind ja in 10 Jahren Lücken in AES bekannt und eure Datenbanken sind easy, eure Passwort-Datenbanken sind easy zu entschlüsseln. Und wer weiß, was von den dort eingetragenen Accounts und Passwörtern dann in 10 Jahren immer noch gültig ist und wie viele Leute diese Passwörter dann auch bei anderen Diensten verwenden. Also das ist auf jeden Fall eine ganz dumme Sache, selbst wenn die Passwörter nur verschlüsselt im Umlauf sind. Und das Ganze auch nur unter der Voraussetzung, es gibt keine Schwächen im Verfahren, wie LastPass verschlüsselt. Also vielleicht hat LastPass ja in ihrer Software Bugs drin, die unter anderem die Verschlüsselung betreffen, dass es eben gar nicht richtig oder ordnungsgemäß verschlüsselt wird. Vielleicht haben die selbst Kryptosachen implementiert und keine Library verwendet, verwendet die Libraries falsch. Man weiß es nicht, wir können das ja auch jetzt nur mutmaßen. Also alles nur unter der Voraussetzung, sie haben bei der Verschlüsselung selbst keinen Fehler gemacht. Und LastPass selbst sagt, sie kennen das Masterpasswort nicht. Also sie sagen ja immer, das wird dann immer so ganz cool, ganz groß oder Zero Trust wird das alles verkauft. Klar, sie sagen, sie kennen das Masterpasswort nicht. Also sprich, ihr kennt euer Masterpasswort, aber das Ganze wird dann schon verschlüsselt, bevor es zu LastPass hochgeladen wird. Das Passwort weiß nur der User. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Letztendlich können wir das alles nicht wirklich nachvollziehen. Das ist ja auch das, was ich bei VPN-Anbietern zum Beispiel immer so mein Problem habe. Die sagen ja auch viel, wenn der Tag lang ist, nachvollziehen kann man das Ganze nicht. Und auch bei allen Cloud-Services, egal ob Passwortmanager, egal was ihr verwendet, ihr könnt nie so wirklich nachvollziehen, was von dem, was sie sagen, was sie auch wirklich machen. Das ist immer die Frage, vertraut man denen? Und ja, selbst wenn wir sagen, wir glauben ihnen das jetzt mal, ist halt immer noch die Frage, möchte man das alles wirklich aus der Hand geben? Und mit den Infos, die man jetzt dort, also die Angreifer dort abgezogen haben, kann man ja immer noch viel anstellen. Man kann beispielsweise mit den Infos aus Vorname, Nachname, könnte ein Angreifer, ein Angreifer könnte gezielt Phishing-Angriffe starten, sich als LastPass ausgeben gegenüber dem Kunde in der Mail um ihn eben zur Eingabe seines Master-Passworts auf einer manipulierten Webseite zu verleiten. Ist alles denkbar. Und dann habe ich zum Beispiel noch auf Hacker-News gesehen, es gibt Leute, die darüber berichten, dass anscheinend doch Passwörter von LastPass im Klartext gestohlen wurden. Er hier zum Beispiel meint, es gab zum Beispiel Zugriff auf irgendwelche Crypto-Wallets von ihm und dann hat er durch Geld verloren. Kann das sein? Klar, ich meine, wie gesagt, die Anbieter geben immer nur das zu, was sie eh zugeben müssen. Die machen immer so Salami-Taktik, das kommt immer so tröpfchenweise, diese Infos. Und es kann durchaus sein, dass da jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen noch mehr rauskommt, dass doch Passwörter im Klartext abgreifbar waren. Es gab zum Beispiel auch mal Probleme bei anderen Cloud-Anbietern, ich weiß jetzt leider aus dem Kopf nicht mehr, welcher das war, dort standen die Passwörter im Klartext in irgendwelchen Log-Dateien drin oder so. Ey, ich meine, wissen wir das? Kann das da auch gewesen sein? Klar, kann er auch gewesen sein. Und nächste Frage, die man sich stellen muss natürlich, wie vertrauenserweckend ist dieser Tweet? Naja, ich weiß nicht. Die Antworten sind ausgeschaltet, das ist für mich immer schon so ein kleiner Knackpunkt, wo ich mir denke, warum sind Antworten an Tweets ausgeschaltet? Und ob das jetzt stimmt, man weiß es nicht. Man kann es nicht sagen. Man kann es in beide Richtungen nicht sagen, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, jawohl, das, was der Typ da schreibt, ist voll vertrauenserweckend. Ich würde aber auch nicht sagen, das, was LastPass da bisher schreibt, ist alles so hundertprozentig vertrauenserweckend. Und was soll man jetzt machen? Ich denke, auch wenn es so aussieht, als besteht bei einem guten Masterpasswort jetzt erstmal kein Grund zur sofortigen Panik, sollte man sich den Mist mit Cloud-Passwortmanagern wirklich überlegen und es einfach sein lassen. Mir will es einfach nicht ins Hirn, ich mache das aus diesem Grund auch nicht und ich habe es auch nicht vor anzufangen, mir will das einfach nicht ins Hirn rein, dass Leute Cloud-Passwortmanager verwenden. Ich habe nichts gegen Cloud-Services. Ich verdiene ja letztendlich mit Cloud-Services irgendwie mit meinem Geld, aber Passwortmanager. Mir will das nicht ins Hirn rein, dass Leute Cloud-Passwortmanager verwenden. Ja, ich verstehe, dass das bequem ist und vor allem, dass es easy gesynkt ist über mehrere Geräte. Das verstehe ich alles, aber man braucht doch gar nicht alle Passwörter. Man braucht doch gar nicht den Zugriff auf alle Passwörter wirklich. Zum Beispiel immer mobil auf dem Smartphone. Man verwendet 5, 6 Services auf dem Smartphone, da meldet man sich an, okay, aber man braucht vom Smartphone nicht Zugriff auf 150 Passwörter, die man in seinem Passwort-Safe drin hat. Braucht man gar nicht. Ihr müsst euch immer überlegen, wo Daten nicht sind, können sie auch nicht verloren gehen. Das trifft nicht nur auf Passwörter zu, das trifft auf alles zu, auf alles was vertrauenswürdig, also auf alles was irgendwie personenbezogen ist. Was ihr nicht leakt, kann ja auch ein anderer Anbieter nicht weiter leaken. Gebt den Kram einfach, seid einfach sparsam mit dem, was ihr so im Internet veröffentlicht und was ihr irgendwelchen Cloud-Services gibt. Und wie immer kam die Information natürlich auch sehr tröpfchenweise. Und das ist eigentlich fast normal bei solchen Security-Fällen. Da vergehen teilweise Monate und die Anbieter geben nur das zu, was sie wirklich zugeben müssen, weil es anderweitig schon rausgekommen ist. Und auch heute, wenn man auf die Webseite, auf die Startseite von LastPass geht und nicht eingeloggt ist, ich bin da vorhin draufgegangen, sieht man keinen Hinweis zum aktuellen Vorfall. Das ist auch jetzt so ein bisschen fragwürdig. Sollte man nicht oben mal vielleicht einen Hinweis einblenden auf der Webseite, wenn es da gerade Probleme gibt? Und Passwortmanager, die man lokal verwendet, wie KeyPass oder lokales BitWard, eine Vault-Warden, das sind vollkommen okay und sinnvolle Tools. Sogar ein Zettel im Schrank mit den wichtigsten Sachen drauf ist auch okay. Aber vertraut doch keinem Cloud-Anbieter. Was heißt, ich kann jetzt ja nicht für euch sprechen, aber ich sage, aber ich vertraue keinem Cloud-Anbieter meine Passwörter an. Nie im Leben, egal wie bequem das ist. Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, benutzt jemand von euch vielleicht LastPass? Würde mich echt interessieren. Schreibt es mir mal in die Kommentare und vor allem, was ihr jetzt macht. Oder verwendet ihr andere Cloud-Passwortmanager und ob ihr da jetzt weiter bei bleiben wollt. Und naja, zumindest das war es zu dem Thema. Wir sehen uns im nächsten Video und dann gibt es auch ein Update zu meiner Jobsuche und ob die Kündigung denn jetzt endgültig raus ist oder nicht. Erzähle ich euch dann. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dann. See you. .